Ja, hallo liebe Elbkick-TV-Zuschauer. In der vierten Runde des OZET-Pokals stehen hier noch sieben Spiele aus. Darunter ist auch der kritisierte Spielausfall des letzten Wochenendes, Teutonia 05 gegen den SV Lurup. Und da wird der Spieerausschuss am Montag über die Wertung oder eben Ausgang entscheiden. Des Weiteren spielen morgen um 13.30 Uhr der Rahlstedter SC, Tabellenführer der Landesliga Hansastaffel, gegen Germania Schnelsen, dem vierten der Oberliga. Ein brisantes Spiel, eine brisante Paarung. Trotzdem meine ich, dass Germania sich hier aufgrund der Erfahrung durchsetzen wird. Am Sonntag um 10.45 Uhr spielen dann der HIBC gegen Eintracht Norderstedt. Eintracht Norderstedt ist Tabellenführer der Oberliga, das weiß man. Und der HIBC ist Fünfter der Bezirksliga Nord. Bei allem Respekt vor Grand und Vormittag, sage ich mal ganz klar, es wird sich hier der Tabellenführer der Oberliga durchsetzen. Sorry, HIBC. Dann spielen am Sonntag um 13.30 Uhr der TSV Neuland, der 13. der Bezirksliga Nord, gegen den VfL Brücke, 10. der Landesliga Hansastaffel. Auch hier tendiere ich dahin, dass sich der Landesligist der Klassenhöhere durchsetzen wird. Dann spielt in einem Oberliga-Derby der 11. gegen den 8., nämlich Niendorf gegen Kurslack Neuengamme. Hier tippe ich auf eine Verlängerung und dann einen Spielausgang zugunsten von Kurslack Neuengamme. Ja, dann haben wir Grün-Weiß-Harburg, das ist der 4. der Bezirksliga Süd. Die spielen gegen Bergerdorf 85. Bergerdorf hat den 3. Tabellenplatz in der Oberliga und werden dieses Spiel für meine Begriffe auch klar gewinnen. Ein Glückwunsch geht an Rolf Gerdau zum Beispiel und seinem ETSV Hamburg, also Eisenbahn Hamburg. Die sind 3. der Kreisliga 3, Staffel 3, dass sie es soweit gebracht haben. Die spielen in der 4. Runde gegen Buchholz 08 und werden dort, sorry Rolf, keine Chance haben. Buchholz wird das Ding ganz klar für sich entscheiden. Ich kann nur hoffen, dass diese Spiele aufgrund der Witterung, die wir ja schlecht befürchten müssen, auch stattfinden werden. Ansonsten, wie gesagt, ich erwarte keine großen Überraschungen. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.